Das versteht's mich nicht. Hier müsstest du doch theoretisch, müsstest du ja hierbleiben. Ist doch in Moskau. Und dann sagt ich, ich bin in Moskau. Oder hast du von uns erhalten? Was ist denn hier vor? Ja, ja. Kommt jetzt an Arbeit? Nee, arbeite. Nach Moskau? Ja, da ist sie jetzt. Ja, ja. Aber hier ist gleich die andere Richtung, ne? Das war ein Zwergler. Was mache ich vielleicht noch mal auf? Hast du mich so strand? Ne? Trau ich dir auch zu.